Hallo, hallo, wassup, 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 wassup! Jene Menge! Wir sind heute hier und werden rocken, auf jeden Fall! Schön! HP zuhause, am relaxten, wir sind in die Nähe, oder wo ist er? Ja, also bei dem ist da ein bisschen was familiäres dazwischen gekommen. Es hat sich ergeben, während wir in Japan waren und unsere Handys gingen in Japan eigentlich, deswegen, ihr habt mit unserem Management gesprochen und wir wussten nicht genau, was geplant war. Es ist so ein bisschen aneinander vorbeigelaufen, aber HP hat dafür versprochen, er kommt und doppelt Gas geben heute Abend auf der Bühne dafür. Richtig geil! Japan, apropos Japan, da habt ihr auch die neue Video gedreht, ne? Wie war das? Einfach geil, also Tokio ist ja, also vergisst Manhattan, Tokio ist ja so ein geiles Ding, also unglaublich. War das erste Mal für Scooter in Japan? Ja genau, also für Scooter das erste Mal und das war dann alles schon sehr neu. Ich war jetzt das vierte Mal da gewesen, aber konnte natürlich auch nicht alles so rumführen, man hat auch vieles vergessen, aber Japan ist einfach ein Traum. Supergeil! Also ist Scooter sehr bekannt in Japan? Also in den kleinen Ort Nagoya, da war es wohl so, dass wir auch mal hier und wieder erkannt wurden. Tokio, das ist so eine multikulturelle Stadt, dass du da eigentlich nicht ganz so auffällst. Das ist so groß, da ist es nur sehr selten, wo man mal hört so, ey Scooter hier und so. Geil muss das sein, ne? In Japan, ey Scooter! 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 Ja geil! Ja, okay ja, ähm, Jungs! Zehn Jahre Scooter! Weißt du noch? Erste Song? Hypa, Hypa! Unglaublich damals, also weil das überrollte einem plötzlich alles so, wir hatten damit ja nicht gerechnet, und dachte uns, Mensch, geil, endlich mal was, was funktioniert hat. Und ja, also wir hätten damals auch nicht gedacht, dass das so lange halten würde, aber wir haben einfach immer noch Spaß dabei, geben weiter Gas. Und das hat bislang funktioniert. Ihr macht auch eine Jubiläum-Tour, oder? Ganz genau, also die Tour fängt jetzt Mitte Januar an, am 17. und geht dann durch 27 Städte, Deutsch, Österreich, Schweiz, wenn man richtig Gas geht mit ein paar Gimmicks für die Fans. Wow, 10 Jahre! Ja, also lange Zeit, wir hatten anfangs selber nicht gedacht, dass das so lange halten würde, die ganze Geschichte. Ich hab das immer geglaubt, als ein Spiel rauskam und sagt, aber einfach! Aber was soll's, wir können nichts anderes, sonst müssten wir Pizza ausfahren, also machen wir einfach weiter. Ey, geil, wir haben auch nicht gedacht Club Rotation so lange, aber egal. Ja, und Viva ja auch, ich meine, Viva gibt es auch seit 10 Jahren, und also, ja, Respekt. Respekt für euch auch, auf jeden Fall. Ey, supergeil! Okay, jetzt wieder eine neue Single, wieder ein Burner, wieder ein geiles Stück. Ich meine, mittlerweile muss man das sagen, ne? Wieder ein geiles Stück. Wirklich, ihr habt oder eine sehr gute Erna, oder ihr seid selber sehr, sehr gute Ernas, weil jedes Stück ist irgendwie Top 10. Jedes Stück. Ja, nicht ganz jedes, aber immerhin so ein paar haben es geschafft. Ja, ja, ja. Na, anyway, ach, wir sind eigentlich ganz pro. Jigga, Jigga ist mal wieder so ein Ding, wo wir richtig Gas gegeben haben, wo wir, ja, Jigga, Jigga, so der Spruch selbst ist schon so ein Partyschrei bei uns geworden, bei uns intern. Und wir haben zum ersten Mal, zum ersten Mal ist das Baskul, haben wir so einen ganz krassen Break gemacht, dass wir wirklich eine energetische Strophe haben, und auch einen ziemlich harten Hook-Part, und zwischendrin einen ganz ruhigen, ja, fast melancholischen Part von meiner Frau gesungen. Und, ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Also, wir haben völlig Bock auf die Nummer gehabt. Und, ja, schauen wir mal. Super. Ich wünsche Scooter noch 10 Jahre und danach noch 20 und noch 50 und noch mehr. Und ich hoffe, später sind wir HP auf jeden Fall natürlich on stage mit den Jungs. Und alles Gute. Danke dir. Wir sehen euch auf eurer Tour, ja? Ich komme mal vorbei. Ich komme vorbei. Wunderbar. Daisy, ich komme rum, kriegen wir hin. Dankeschön. Tschüss. Scooter. Right, baby, Jigga, Jigga. Wenn ich das sage, dann denken wir natürlich sofort an ein Hip-Hop-Video. Aber in diesem Fall ist es Jigga, Jigga, Scooter, Scooter. Live bei uns wieder auf die Bühne. 10 Jahre schon Erfolg. Das ist unglaublich, aber trotzdem. Ich glaube auch für die, die arbeiten sehr hart. Hier bei Club Rotation live on stage. Baby, baby, Jigga, Jigga, Scooter. Ring me up. Skip to the gym now. What we say. Jigga, Jigga. Come to the main arena. I've always been the party pleaser. There's no doubt. I've taken all the ladies out. I am the lyrical teaser. Thank you to the massive crowd. Yeah. If you love me or you hate me, I don't give a damn. If you really think you're ready, so let me see your hair. Everybody knows you have the ball. Girl, I am the money pleaser. Here is the bass, girl. Yeah. Oh, ladies and gentlemen. Close to the edge. Watch how we mix it up. Jigga, Jigga. Ain't never been the troublemaker. Just say this when you start. I let the new call. I'm not a baker. I'm killed like an only white shot. Yeah. If you love me or you hate me, I don't give a damn. If you really think you're ready, so let me see your hair. Everybody wants to be a chop, chop, chop. I want your money proper. Here is the chop, 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 chop. Yeah. Yeah. What's the reason? I'm cheating. You're kidding. I'm cheating. Watch how we gonna lift up the ceiling. Yeah. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.